Hallo liebe Freunde meines Kanals, liebe Abonnenten, ich hoffe ihr habt alle gemerkt, dass ich eigentlich einen Radfahrkanal betreibe und nicht einen Modellbaukanal. Aber die Entwicklung der letzten Wochen hat sich so dramatisch verschoben, dass ich mich zu einer Änderung entschlossen habe. Ab sofort werden Radvideos in einem neuen Kanal eingestellt und ihr solltet dann, wenn ihr das weiterhin sehen möchtet, auf diesen Kanal wechseln. Die Modellbahnfreunde, wenn sie Interesse haben, auch am Radfahren sind herzlich eingeladen, natürlich auch den Kanal zu wechseln. Am Ende des Videos wird ein Link erscheinen, mit dem ihr ganz einfach auf den neuen Kanal anklicken könnt. Ich hoffe ihr habt Verständnis, dass diese Änderung sein muss und ich möchte auch, dass ihr alle bei mir Abonnenten bleibt. Vielen Dank und alles Gute auch für das Jahr 2022. Vielen Dank. Vielen Dank.